Die Hinweise verdichten sich tatsächlich, dass es ein Bundle geben wird mit der PS5 Pro und GTA 6. Natürlich jetzt noch nicht, sondern wenn GTA 6 natürlich dann rauskommt oder natürlich dann auch als Vorbestellung. Rockstar hat ja bei dem letzten Investor Call sowieso schon angedeutet, dass sie mit relativ vielen Vorbestellungen für das Spiel noch in diesem Jahr rechnen, was ziemlich cool ist. Und zumindest dann noch bis zum März, also Ende März 2025. Das wird auf jeden Fall episch. Darüber hinaus soll das Spiel aber auch für die PS5 und die Xbox Series X mit 60 FPS laufen. Da verdichten sich die Hinweise auch und das ist ja wirklich schon mal sehr beruhigend, denn es kann ja jetzt einfach nicht jeder, der jetzt eine PS5 oder eine Xbox Series X hat, dann das Ding wieder umtauschen oder beziehungsweise verkaufen und sich dann eine PS5 Pro holen. Also wenn ihr eine PS5 habt, dann könnt ihr glaube ich davon ausgehen, dass das da auch super drauf laufen wird. Und jetzt natürlich die große Frage, spielst du dann auf der Xbox, spielst du auf der PS5 oder spielst du vielleicht dann schon auf den neuen Versionen davon und wann kommt GTA 6 überhaupt? Gehen in diesem Jahr die Vorbestellungen schon los? Schreib deine Meinung in die Kommentare, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und schreib mir auch, wie viel wärst du denn überhaupt bereit für dieses Bundle auszugeben? Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!